Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir bereits anhand eines Beispiels den Flächeninhalt zwischen einem Funktionsgrafen und der x-Achse in einem Intervall durch eine Untersumme und eine Obersumme nach unten und oben abgeschätzt. Diese Abschätzung war noch nicht besonders gut. Wir haben dabei noch einen recht großen Fehler gemacht. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir diesen Gesamtfehler berechnen und uns dann anschauen, was mit diesem Gesamtfehler passiert, wenn wir die ganze Sache doch ein bisschen besser verfeinern. Also schauen wir uns die Sache hier an. Es dreht sich noch immer alles um das gleiche Beispiel wie von vorhin. Die Untersumme im linken Bild ist u gleich 21 und die Obersumme im mittleren Bild ist u gleich 27,3. Das sind genau die Unter- und Obersumme, die wir im vorigen Video berechnet haben. Die Gesamtfläche der gefärbten Fehlerrechtecke, die nennen wir jetzt Gesamtfehler und der erste Arbeitsauftrag nun ist, diesen Gesamtfehler zu berechnen. Noch einmal ein kleiner Hinweis. Das bedeutet, wir wollen die Gesamtfläche der Fehlerrechtecke berechnen. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir das Ergebnis. Also gut, was ist hier zu tun? Werfen wir einmal einen Blick auf diese rechte Grafik hier. Wir sehen hier die Fehlerrechtecke, so wie es hier steht, veranschaulicht. Aber was bedeutet das? Greifen wir einfach einmal eins heraus. Nehmen wir das hier und schauen uns an, wie kommt das zustande? Das kommt zustande, indem wir von diesem Rechteck hier dieses Rechteck abziehen. Das gleiche geht für die weiteren auch. Also zum Beispiel für dieses hier müssen wir von diesem Rechteck dieses abziehen. Das heißt, das hier ist eine grafische Veranschaulichung davon, was passiert, wenn wir von der Obersumme die Untersumme abziehen. Das bedeutet, unser Groß E ist einfach genau Groß O minus Groß U und das ist hier in diesem konkreten Fall genau 6,3. Groß E ist der Gesamtfehler, Groß E wegen dem englischen Wort Error und der verratet uns, wie stark Obersumme und Untersumme noch voneinander abweichen. Wir wollen klarerweise, dass dieser Fehler sehr klein wird und deshalb schauen wir uns jetzt einfach einmal an, was passiert, wenn wir die Zerlegung verfeinern. Und zwar verfeinen wir die Zerlegung, indem wir jetzt die Breite aller Rechtecke halbieren. Wir haben hier schon den Eindruck, als würde der Gesamtflächeninhalt dieser roten Rechtecke hier schon kleiner sein als vorher. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir den Gesamtfehler tatsächlich beliebig klein machen können. Es gibt hierzu eine GeoGebra-Datei, die findest du, wenn du im PDF auf das Symbol hier oben klickst. Und der nächste Arbeitsauftrag ist nun, wirf einen Blick in die GeoGebra-App und schau dir an, was mit dem Gesamtfehler passiert, wenn N sehr groß wird. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere in der Zwischenzeit das Video und dann schauen wir uns das Ganze noch kurz gemeinsam an. Also gut, so sieht dann diese GeoGebra-App aus. Hier kann man, je nachdem, was man gerade betrachten möchte, Untersumme, Obersumme, Fehlerrechtecke und Flächeninhalt aktivieren oder deaktivieren. Also, dann wird es angezeigt oder nicht. Und hier oben mit diesem Schieberegler kann man eben verändern, wie viele Rechtecke für die Abschätzung verwendet werden. Jetzt im Moment ist N gleich 7, das ist genau gleich wie am Anfang in diesem Video. Dann haben wir vorhin schon das hier verfeinert, indem wir die Rechtecksbreite halbiert haben. Dann hatten wir nicht 7, sondern 14 gleichbreite Rechtecke. Und auch hier fällt uns wieder auf, die Abschätzung von unten wird offensichtlich besser. Wir könnten diesen Vorgang jetzt auch noch wiederholen und eben wieder die Rechtecksbreite halbieren. Dann hätten wir insgesamt 28 gleichbreite Rechtecke. Und wir erkennen tatsächlich, unsere Abschätzung ist wieder doch sichtlich besser geworden. Wir können dazu die Obersumme jetzt auch noch mit betrachten. Auch die wird durch die Verfeinerung natürlich besser. Die wird kleiner und jetzt werden wir die Fehlerrechtecke auch noch rot hervorheben. Und jetzt einfach einmal anschauen, was passiert, wenn N einfach richtig groß wird. Also wir werden jetzt nicht weiter wirklich Schritt für Schritt verfeinern, sondern einfach einmal anschauen, was passiert, wenn N richtig groß wird. Und zwar indem wir den Schieberegler einfach einmal ganz nach rechts ziehen. Und dabei fällt uns auf, dass wenn wir N viel größer machen, dass unsere Fehlerrechtecke auch tatsächlich ziemlich klein werden. Darüber werden wir im nächsten Video auch noch sprechen. Und vor allem auch darüber, was dann passiert, wenn N so richtig groß wird.